Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir vor euch die Deutscher Traum Box von Echo Fresh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Deutscher Traum von Echo Fresh aus dem Jahr 2014. Das Ganze in einer Box mit Pappschuber darüber. Auf dem Pappschuber lesen wir Punchline präsentiert stolz, Echo Fresh Deutscher Traum, Limited Edition. Einen FSK 16 Aufkleber haben wir hier. Gut, dass es noch ein Aufkleber ist, können wir dann noch weg machen. Der verrät uns natürlich, dass wir auch noch Filmmaterial vorfinden. Und wir haben hier so eine aufgepinselte, verwischte Deutschlandfahne, schwarz-rot und so ein gelb-orange-gelb. Und dann haben wir hier den deutschen Adler, der hier den rechten Flügel, ja, den rechten Flügel verloren hat. In dem Fall ist das dann der Halbmond, oder die Mondsichel der Türkei. Also halb-deutsch, halb-türke. Wofür Echo ja bekannt ist. Dann haben wir auf der linken Seite Echo Fresh Deutscher Traum stehen. Darunter wieder dieses Logo, halb-deutsch, halb-türkei, Limited Edition. Echo Fresh Deutscher Traum, Punch001 Box Limited Edition. Also Punch wegen des Labels, Punchline. Und dann haben wir noch die Credits und hier ein Barcode. Gut, gut, den Pappschuber machen wir mal runter. Und die Box sieht dann so aus, dunkelbraun und gold. Sieht aus wie ein mächtiges Buch, hier auch mit so vergilbten Seiten. Und, ja, so ein alter Ledereinband hat auf jeden Fall eine Optik. Erinnert mich an die Pusher Box von 18 Karat. Das war ja auch so eine Buchoptik. Echo Fresh Deutscher Traum. Und auch hier der Buchhücken sehr schön gestaltet. Echo Fresh Deutscher Traum zu lesen. Und auf der Rückseite wieder die Krone von Punchline. Gut, das Ganze, keine reguläre Klappbox, sondern wirklich hier zu öffnen. Und das Ganze ist auch wirklich wie ein Buch gehalten. Wir schauen jetzt mal kurz, wir holen jetzt mal den Inhalt aus. Also wir haben hier einmal so eine Fischermütze, so ein Bucketheart. Ein T-Shirt. Einmal 700 Bars. 1000 Bars. Echo Fresh Live. Und dann natürlich noch das Album an sich. Gut, um noch kurz bei der Box zu bleiben. Wir haben hier, also auf der Innenseite, so ein paar Zeilen. Könnt ihr euch natürlich hier durchlesen. Da dürft ihr Echo was geschrieben haben. Einfach kurz anhalten und durchlesen. Und darin haben wir dann noch hier so einen schwarzen Einleger, in dem das Album befestigt war. Und ansonsten das Ganze hier in schwarz gehalten. Gut, wir machen die Box mal zur Seite. Und starten mit dem Box Inhalt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. Das Ganze noch eingeschweißt. Und hier lesen wir Echo Fresh Deutscher Traum Premium 2 CD Edition inklusive 4 Bonus Tracks plus Instrumentals. Gut, wir werden das Ganze mal öffnen. Und was mir auf den ersten Blick schon mal sehr gut gefällt, dass wir es hier mit einem super Schulcase zu tun haben. So, also, so sieht das aus. Echo Fresh Deutscher Traum. Auch hier wieder diese verwischte Deutschlandfahne. Und hier dann Echo aufgemalt. Punchline präsentiert stolz. Und hier lesen wir noch Premium Edition. Auf der Rückseite haben wir 22 Tracks und jede Menge Features. Wir haben Features von Sido, Schwester Ewa, Hatta, Sami Nasser, Semi Deluxe, Brinks, Farid Bang, Summer Jam, DCVDNS, Yoko und Klaas, MC Hassan, Tim Bensko, Ali, Celo und Abdi, Ado und Mr. Capone, I. Ja, 22 Tracks. Meine Favoriten dieser 22 sind einmal der Track Nummer 2, German Dream. Und dann noch der Track 12 GD4Live mit Farid und Summer Jam. CD2, Instrumental-Versionen aller Titel, Credits und Barcode. Und von der Seite sieht das Ganze dann so aus. Also, was lesen wir hier? Hier lesen wir, jetzt stellt es natürlich hier hinten wieder scharf. Sekunde. So. Aber jetzt hier lesen wir Ecofresh, deutscher Traum. Schauen wir mal hinein. Und dann haben wir ein Booklet. Sehr ungewöhnliches Format für ein Booklet. Also nicht zum Durchblättern, sondern hier wirklich so zum Aufklappen. Das sieht man auch selten. Ecofresh, deutscher Traum. Dann hier Eco vor einer riesen Crowd mit Deutschland Tress. Deutschland Trikot, ja. Dann hier die 22 Tracks aufgelistet, inklusive der Infos natürlich, wer daran beteiligt war. Dann hier die gesamten Credits zum Album. Weitere Aufnahmen von Eco. Und auf der Rückseite haben wir hier noch wieder die Fanmenge. Aber es dürfte kein Konzert sein. Da haben wir hier eine Deutschlandfahne und diverse Pyrotechnik im Einsatz. Also, hier Bengalen. Das Ganze dürfte wirklich dann eine Fanmenge sein, eines Länderspiels oder Public Viewing zumindest. Ecofresh, deutscher Traum. Deutscher Traum und diverse weitere Fotos von Eco. Schön gemacht. Dann haben wir das Album an sich. So sieht das aus. CD 1. Und dann haben wir auf der Rückseite CD Nummer 2. Diese eben, inklusive aller Instrumentals. Und hier wieder Deutschlandfans, inklusive Pyro. Dann haben wir die 700 Bars in Rot und Weiß gehalten. Barografie lesen wir hier. Das Ganze ja im Vorhinein schon veröffentlicht worden. Sowohl die 700 als auch die 1000 Bars, in denen Eco ja jeweils eindrucksvoll sein Können unter Beweis gestellt hat. Das Ganze in einer Papphülle. Und ebenso die 1000 Bars, diese in Schwarz und Weiß gehalten. Meisterprüfung lesen wir hier. Und diese wurden ja auch bereits als Video ausgekoppelt. Ewig langer Track. Also weiß nicht, ob es sowas schon jemals zuvor gab, dass ein Rapper mehr oder weniger ein Album oder mehr als ein Album auf einen Track gemacht hat. Und das Ganze dann einfach mal so nebenbei in die Box packt. Sehr schön. Also beide in der Papphülle. Dann haben wir die DVD Echo Fresh Live. Diese haben wir auch den FSK 16 Aufkleber auf der Box zu verdanken. Hier leider kein Aufkleber, sondern aufgedruckt. Echo hier vor einer Menschenmenge. Dürfte irgendein Festival gewesen sein. Vielleicht sogar Splash. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hinten nichts und die DVD sieht so aus. Also genauso wie das Cover. Und diese ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir noch einmal den Bucketheart, also den Fischerhut. Was lesen wir hier? Atlantis Sins 95. Dann haben wir noch ein Barcode. Forever Navy LXL. Okay. Das Ganze ist so Navy, also so schwarz-dunkel-blau. Fresh lesen wir hier in weißer Schrift. Ansonsten schwarz-dunkel-blau durch und durch. Und wir haben einen, was haben wir hier? Atlantis, das wissen wir bereits. Forever, okay. Master Italia Venice Italy. Und das Ganze ist 100% Baumwolle made in PRC, also China. Grüße gehen raus. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt ein T-Shirt. Dieser sieht so aus. Das T-Shirt in schwarz gehalten. Und dann haben wir hier den weißen Aufdruck. I am the German Dream. Backprint haben wir keinen. Und bei dem T-Shirt handelt es sich um einen Gildan Premium Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck. I am the German Dream. Relativ schlicht gehalten das Ganze in schwarz und weiß. Aber ich muss ehrlich sagen, gefällt mir gut. I am the German Dream. Kann man gut tragen. In Kombination mit dem Anglerhut, mit dem Bucketheart, sieht das dann so aus. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt kein Fan von diesen Anglerhüten. Aber das T-Shirt werde ich auf jeden Fall mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieser Anglerhut, dieser Bucketheart mit dem Fresh-Aufdruck. Die EcoFresh Live-DVD. Die 700 Bars und die 1000 Bars. Alle drei eben in der Papphülle. Und dann natürlich das Album an sich. Inklusive Instrumental CD im Super-Jule-Case. Deutscher Traum. Das alles in dieser wunderbaren Box. Deutscher Traum von EcoFresh. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr EcoFresh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.